wir haben damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde minecraft ja mal gucken wir sind hier in irgendeinem dorf habe ich mich denn hier kann ich in die rüber springen habe ich mich denn hier schon umgesehen ist jetzt die frage kann ich ihnen etwas klauen hat mich direkt rausgeschmissen ich meine ja klar kann ich verstehen hätte ich vielleicht nicht anders gemacht hier ist was explodiert ja ich bin profi in diesem spiel lass mich so und wieder eine woche oder so nicht gespielt ich habe schon wieder alles vergessen da draußen ist ein golem hier ist auf jeden fall die nacht einiges passiert würde ich sagen so wir haben hier keine truhe hier ist glaube ich ja hier ist hier ist aber drin ist natürlich hallöchen brot warum nicht ich bin bewaffnet weil es kratzt moment waren wir hier schon gehen hier ist glaube ich noch keinen guten tag ich bin mal kurz an also wissen sie bescheid hallo golem ich mischte mit da jetzt mal nicht mit nicht dass sie da den paaren ruf mache und ausversehenden golem haue und ich den instant tot bin obwohl es ja das ist nicht ja genau sagt mir das jetzt nicht hardcore bekannte karte ich habe keinen platz mehr warte mal das brauche ich nicht das nehme ich mit die wollte ich auch mitnehmen das nehme ich sowieso mit moment 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 das kann ich hier lassen eigentlich gar nichts mehr erde kann ich hier lassen noch bekannte karte mal gucken ich will mal kurz gucken nein was mache ich denn hier nein darf ich danke ich bin verwirrt kann ich nicht doch bei ein mega verwirrt das ist da los ok wer weiß wo das ist wissen sie wo das ist dass hier da was also die karte die ich ihnen gerade geklaut habe nicht dann kannst du behalten tatsächlich mit der karte wo ich nicht weiß wo es lang geht gut hier waren weil ich ja hier ist offen hallo 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 hier war glaube ich auch nein hier war noch nicht doch hier war alter wie verwirrt bin ich denn bitte jeder noch mal rein wo ich eben gerade war gut fährt komm her ich weiß gar nicht mehr wie es vorher genannt habe aber nicht stimmt ich habe mich da um entschieden mit den namen so komm wir reiten von damm wir reiten von damm auf irgendeinem kopf rauch gibt mir wurscht hauptsache erstmal weg ich bin damit überlegen weil es ist ja eigentlich ganz cool hier also so die gegend meine wir haben hier eine menge holz wir haben da hinten schnee und alles sogar eine höhle eine recht anständige so wie es aussieht im ersten moment ja oder auch nicht ich dachte es wäre eine anständige höhle ja nee weil ich bin am überlegen ab wir uns hier irgendwo niederlassen wasser hätten wir hier auch lass uns mal so ein bisschen gucken noch aber ich fand die idee oder so diesen gedanken dass wir uns hier irgendwas ganz kleines nur bauen und dann halt unterirdischen riesen volt fand ich eigentlich gar nicht mal so uninteressant meine klar kennt man schon ja ab hause warum warte mal da da gibt es nicht das sind los mit denen kommen hier nur näher und die stützen sich legen den tod ich meine ich habe gut okay ich weiß nicht ob ich bis persönlich nehmen soll aber ja ist denn halt so ne pasenfeld ich glaube ja ich brauche gar kein hasenfeld ja schnauf das ist schon echt hübsch hier ne wenn ich hier so gucke kleine dörfchen da sogar ein bienenstock am baum da macht's aus ja ya ich weiß nicht ich weiß es nicht wat mit dir schreibt es mal jetzt in die kommentare weil wenn ihr jetzt hier geschrieben habt denn ist ja hier sowieso schon alles vorbei und entschieden ich würde gerne kann ich hier nicht irgendwo ganz gut wahrscheinlich wird jetzt überhaupt nichts bringen wenn ich hier einfach mal eine fackel hier mache die werde ich wahrscheinlich die werde ich wahrscheinlich nie wieder finden aber vielleicht wenn ich jetzt so ein bisschen weitergehen dass ich die stelle hier wieder finde wenn hier so in den nächsten metern später kommt würde ich auch noch ganz gerne erforschen weiter es ist ja ich meine hier kommt mir so schlecht weg ist alles kacke also schön aber meine klar kann man alles ausbauen und planen aber sind das berg da hinten das sind jetzt keine häuser da oben irgendwo sind die räume davor ich fand sie hatte zu müssen das sind auch gottes wird dunkel ich glaube wir sollten schlafen gehen gut hier noch mal ich reite noch mal zurück meine ich und auch schön und werde im dörfchen übernachten noch mal bevor wir hier im dunkeln irgendwie rum irren und dann wieder von irgendwelchen fischern niedergemetzelt werden da ist sie drauf da zeigt auch siehst du doch dass ich damit gehört aber da ist ein creeper ja genau da ist noch ein creeper was creep hat ihr denn hier so rum immer wieder falsche taste nein war die falsche tür aha wollte ich mal so gesagt haben so gute nacht guten morgen bis rausgekommen ja guck mal wie es jetzt durchdreht der dresdorf war zu spacken jetzt bringen wir da wieder ein gut jetzt retten wir aber wirklich los hoffe ich ohne dass wir uns hier irgendwas ausdenken noch oder überlegen oder aber es ist hübschen aber ich will noch weiter aber sein haben wir da drüben auch hey fräulein da ist ein schatten weißt du da ist er mutig stimmt mir ist gerade eingefallen ich glaube ich habe das wert letztens betags genannt wieso kann das sein das war wahrscheinlich kann man natürlich nicht rüber fertigen kommen und ob ja gut youtube muss immer wenn ich ein pferd habe muss ich immer an pferdchen denken von damals pferdchen und uschi kennt ihn noch jemand hat badet mal so in der aufnahme ich weiß es gar nicht da waren die mal in der aufnahme sobald gebiet ist immer ganz ganz schwierig hier mit fährt schnaufe sehr anstrengend machen man wohin fährt hier nicht ja nein da nicht verstehe runter springen und rüber schwimmen dort meinst du könnte klappen wenn jetzt nicht irgendein seelung geheuer irgendwie unten ist jetzt ich kriegt ja in deinen körper rein ja alles gut alles gut ich bin ja ich bin hier alles gut einmal gerade rüber gerade rüber gerade rüber da lang andere seite du kannst auch rückwärts schwimmen oder beziehungsweise sich rückwärts schieben lassen das ist für mich kein problem das war knapp ja da ist schon das nächste drauf und da müssen wir natürlich sind wir falsch geschwommen irgendwie entschuldigung oh man wir hätten darüber gewusst fährt was meinst du also wir schaffen das aber komm hier ist gerade kein viech okay das geht hier sogar mit ein bisschen springen sind wir sogar ein bisschen schneller guck mal gleich sind wir drüben moment wir haben es geschafft juhu so ja schnauf ich weiß gut da sind ein paar moves ich hoffe wir kommen dahin ich wette hier ist irgendwo noch mal eine lücke wo wir doch noch mal spielen müssen ich wollte gerade ich wollte schon gerade sagen was ist das für eine mischung also nee ich weiß nicht was die da gerade getrieben haben aber ja sie sahen glücklich dabei aus glaube ich hoffe ich zumindest äh ich weiß es nicht mal gucken ich will versuchen so geht ja wir müssen nochmal schwimmen beziehungsweise springen ich glaube zum springen ist es zu weit mal gucken ja doch geht gerade so okay ich muss dann auch bald was essen machen wir mal ein dörfchen gut gut hier sind ein paar schöne sonnenblümchen die benendörfer könnte man auch eigentlich ganz gut verbinden ich glaube ich bleibe wirklich hier wir haben hier wasser viel erde viel viel erde wasser alles da sogar hei guck mal wenn hier ein cutter wäre würde ich dich hier direkt stehen lassen oder wenn ich äh zumindest eine leine hätte wo ich dich anbinden kann ah warte mal mein ohr juckt oh gott ahaha sorry so ähm guck mal stellen wir dich hier rein so immer wieder ne das war es nicht ich weiß nicht welche steuerung ich da drin habe ich glaube jetzt habe ich jetzt die von 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 fallout drin ich weiß nicht ne fallout war ja immer tab taste ne das ich ja auch nie gelernt habe evil chicken geh ich mal hier in die krasche ja mit ö a krasche hello da langsam ganz langsam okay hier ist nichts haben wir hier was nein okay dann will ich wieder runter ich ähm ich will wieder runter danke so haben wir das abgehakt was haben wir hier schönes ein bett sehr sehr gut falls ich mal doch wieder spontan schlafen muss guck mal sogar mit steg das sehr hübsch ich meine hier müsste man auch viel ausbessern ne aber auf jeden fall hübsch nicht gut ich finde es ähm also cool dass die halt so random erschaffen werden die häuser also hier ähm die häuser sag ich schon die also die auch aber ähm diese dörfer aber ja ich finde es halt schade dass das die ähm ja dass die landschaft oftmals nicht mitspielt wie hier so ne dass das tier denn so möglich ist und dann müsste man da was korrigieren und klar ich meine da hinten ist sogar lava ähm ich meine das ja eigentlich auch nicht soo verkehrt war weil man hat ja immer was zu tun dann wenn man nicht weiß was man machen soll ach ja das dorf da kann ich ja noch ein paar sachen korrigieren wir haben wirklich nur brot kartoffeln und äpfel ne arme dörfchen gut hier auch ja sag ich doch aber keine kartoffeln der ist ja noch ärmer was ist da los ich wollte was essen brot oh oh so schwert habe ich immer gezückt falls hier irgendein irrer rauskommt man weiß ja nie jedes dörf hat einen irren und wenn du keinen irren findest dann bist du der irre denk mal darüber nach ähm gut ähm ich meine ich bin ja hier derjenige gerade der hier alle äh brot kartoffeln und äpfel klaut ne so dass die arme bevölkerung hungern muss neuer könig wer sagt das ich wer hat dich denn zum könig ernannt zum könig zum könig wird man nicht ernannt zum könig wird man geboren oder irgendwie so ne ich weiß gar nicht mehr also so ähnlich zumindest wartet ne weiß nicht ob das noch jemand kennt oder jemand alter oder jemand erkannt hat ähm tipp 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 tappt tipp 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 japan toldern habe ich gleich eins deck voll ne sonne blumen glaube ich auch denk ich müsste wir erst nichts gut 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 guuuu also hier haben wir auf jeden fall essenstechnisch kann schon mal raus hier schönes hier können wir reparieren und so ne hinten ist nicht mehr da ist nur noch ein bietenkorb den möchte ich mal nicht gerade ansitzen also weiß ich nicht ob das so gesund für mich ist glaube nicht guck mal hier ist ein schornstein das ist eine schmiede garantiert war ich hier gerade drin da ist eine strömung schmelzofen ok funktioniert das eigentlich also auch das wird schon wieder dunkel es braucht nicht raus aber da kann man doch jetzt so lagerfeuer oder so um rein machen dann raucht es daher hier ist nichts das ok merkwürdige schön merkwürdige geräusche am abend weiß nicht ob ich hier bleiben möchte also ja gut ich jetzt muss ich ja weil nachts gehe ich ja nicht mehr los das hat hier gerade echt geruckelt was ist da los geschlafen gute nacht ach ja ich möchte auch weit schlafen gehen aber hier ist stimmt mir ist aufgefallen hier ist überhaupt kein bewohner ja 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 Vielen Dank.